Was ist ein X-Unlimited-Turbo-Option-Schein? Ein X-Unlimited-Turbo-Option-Schein ist eine Produktvariante des Unlimited-Turbo-Option-Scheins. Allerdings gibt es das Produkt nur auf den DAX als Basiswert. Der DAX wird als sogenannter Xetra-DAX, bekanntlich von der deutschen Börse, von 9 Uhr bis 17.30 Uhr plus Schluss-Auktion berechnet. Um nun den Marktteilnehmern eine Indikation für den DAX vor 9 Uhr und nach 17.30 Uhr zu geben, berechnet die deutsche Börse vor 9 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22 Uhr inklusive Schluss-Auktion den sogenannten X-DAX. Herkömmliche Unlimited-Turbo-Option-Scheine beziehen sich ausschließlich auf den sogenannten Xetra-DAX. Nicht so die X-Unlimited-Turbo-Option-Scheine, denn diese beziehen sich sowohl auf den Xetra-DAX als auch auf den X-DAX. Das hat zur Folge, dass diese Produkte nicht nur während der offiziellen Xetra-Handelszeit ausgenockt werden können. Denn verletzt der Kurs des X-DAX die vorgegebene Knockout-Schwelle, so erfolgt auch hier ein vorzeitiges Ende. Die längere Knockout-Gefahr, also von 8 bis 22 Uhr inklusive Schluss-Auktion, ist natürlich ein Nachteil. Aber diese Produkte sind im Gegensatz zu Unlimited-Turbo-Option-Scheine etwas günstiger. Deine x-DAX Deine x-DAX Die Paris Deine x-daX Deine x-DAX Deine x-DAX Deine x-DAX Deine x-DAX Deine x-DAX Deine x- Pattern Wie Deine x-DAX Deine x-DAX